Hallo liebe Torwart-Fans, da spricht der Hans-Peter Berger. Wir befinden uns in unserem Torwart-Kompetenzzentrum Salzburg. Welche Trainingsmöglichkeiten wir euch bieten, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! In unserem Torwart-Kompetenzzentrum verfügen wir über einen Multifunktionsraum. In diesem Raum wird des Öfteren das Training unserer Torhüter vorbereitet. Die Jungs können sich hier einrollen und es können Stretching und Mobilisationsübungen durchgeführt werden, bevor es dann raus auf den Platz geht. Des Weiteren verfügen wir über eine riesengroße Sporthalle. Wir nutzen diese besonders gerne bei extrem schlechten Wetter, wenn die Plätze nicht bespielbar sind. In dieser Halle haben wir die Möglichkeit, uns im athletischen Bereich weiter zu entwickeln. Eine wirklich sehr tolle Geschichte. Im Kompetenzzentrum verfügen wir über 16 Kabinen, die für Dusch- und Umziehmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Genauso bieten wir eine herausragende Kantine, wo unsere Torhüter Mahlzeiten zu sich nehmen können und die Möglichkeit haben, vor oder nach den Trainingseinheiten zu relaxen. Wenn wir Outdoor weitergehen, besitzen wir eine Athletikbahn, um unsere Schnelligkeit zu trainieren, sowie vier fantastische Trainingsplätze, wo wir mit modernsten Trainingsmethoden unsere Torhüter weiterbilden. Wie man sieht, die Jungs und Gruppen arbeiten da gerade. Wir haben richtig viel Platz. Und ja, schaut, seid dabei, kommt zu uns und werdet ihr Nummer 1.